So, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns mal das Online-Startup-System von Stefka Schel genauer an. Ich bin auf Stefka gestoßen durch ihr kostenloses Online-Seminar, das sie derzeit anbietet. Das kannst du dir anschauen. Und zwar zeigt sie dir in diesem Seminar, wie du dir ein Business im Internet aufbaust, das dir regelmäßig Einnahmen bringt. Stefka hat selbst mit Affiliate-Marketing sehr viel Geld verdient und zeigt dir ihre Tipps in ihrem neuen Kurs im Online-Startup-System und wie das Ganze funktioniert. Wer ist Stefka? Schauen wir uns mal an. Und zwar sehen wir das hier. Sie hilft dir, Online-Geld zu verdienen. Wie gesagt, sie hat es eben mit Affiliate-Marketing gemacht. Und zeigt dir im Webinar, wie sie es geschafft hat, wie du hier schon lesen kannst, in 5 Monaten ein Einkommen von bis zu 5000 Euro pro Monat zu erzielen. Gut, dann schauen wir einfach mal direkt rein in den Kurs. Das sieht so aus, wenn du im Kurs eingeloggt bist. Und zwar haben wir hier Modul 1, Basics Affiliate-Marketing. In diesem Modul lernst du, wie es der Name schon sagt, die absoluten Basics des Affiliate-Marketings. Schauen wir einfach direkt rein. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Einführungsvideo in das Online-Startup-System. Beim Online-Startup-System geht es um Affiliate-Marketing. Was das genau ist, warum das Affiliate-Marketing aus unserer Sicht einfach das Sprungbrett ist, um erfolgreich im Internet Geld zu verdienen, das erfährst du jetzt in diesem kleinen Video. Und wie das genau funktioniert und was du Schritt für Schritt tun musst dann in den einzelnen Lektionen. Also, ja, Online-Startup-System, viele Fragen, Mensch, wie kann ich denn wirklich im Internet Geld verdienen, wenn ich kein eigenes Produkt habe? Und genau das ist eben die Möglichkeit mit dem Empfehlungsmarketing, also dem Affiliate-Marketing, im Internet Geld zu verdienen, wenn du kein eigenes Produkt hast. Denn du kannst durch das Empfehlen, ja, von Produkten, von Dienstleistungen, von einfach auch nur von Kontakten, also da muss jemand noch nicht einmal was gekauft haben, kannst du wirklich gutes Geld verdienen. Und wie das funktioniert, das erfährst du hier. Ja, also da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Stefka hat das bereits hier sehr gut erklärt. Das heißt, du lernst in dem Hurs von Stefka, wie du ohne ein eigenes Produkt im Internet Geld verdienen kannst. Eben mit Empfehlungsmarketing, also Affiliate-Marketing. Und Stefka zeigt dir, welche Strategien sie angewendet hat, damit sie im Internet Geld verdient. Du hast immer hier gute PDF-Dateien dabei und kannst dir das Ganze nochmal offline ansehen. Dann kommen wir hier direkt zur Lektion 2, Provisionsmodelle im Affiliate-Marketing. Hier wird eben genau erklärt, welche Provisionsmodelle es im Affiliate-Marketing gibt, für was du im Affiliate-Marketing bezahlt wirst und auch die Methoden, die sie angewendet hat. Was du für dein Online-Startup-System brauchst, wird dir hier genau erklärt, was ist nötig. Auch hier bei jedem Video hast du die PDF-Dateien dabei, damit du dir das Ganze offline nochmal ansehen kannst. Gut, dann geht es hier direkt schon los mit dem Modul 2. Sehr wichtiges Modul, profitable Nische finden, extrem wichtig. Was ist überhaupt eine profitable Nische? Wie findest du diese? Die profitabelsten Nischen im Online-Marketing, zeigt die Stefka hier. Mit welchem Produkt du am meisten Geld verdienst? Allein dieses Video ist extrem viel wert. Also alleine dieses Video ist eigentlich den Preis des Kurses schon wert, weil wenn du das richtige Produkt hast, kannst du den Preis des Kurses direkt wieder reinholen. Musst du ein Experte sein? Ja oder nein? Wird dir in dieser Lektion erklärt. Und warum du unbedingt Spaß haben solltest. Das ist glaube ich selbstredend, aber auch hier einige Golden Nuggets in dem Video versteckt. Modul 3, kenne deine Kunden, selbstredend. Du musst natürlich wissen, wem du was, warum verkaufst, worum es hier geht und warum es wichtig ist. Warum du deinen Kunden kennen musst, was du über deine Kunden wissen solltest, wird dir in diesem Video erklärt. Wie findest du deine Kunden? Extrem wichtig. Also hier wird dir die verschiedenen Strategien erklärt. Wie und wo du die Kunden findest, über Foren, über Facebook-Gruppen und so weiter. Deine nächsten Schritte. Was ist hier zu machen? Dann Modul 4. Du erstellst ein unwiderstehliches Angebot für deinen Kunden. Wie du eben Ideen und Inhalte findest. Wie du diese auch teilweise von anderen ein bisschen abschaust. Natürlich macht es Sinn, sich bei extrem guten Online-Marketern inspirieren zu lassen. Denn diese wissen natürlich, wie es funktioniert. Wie du Inhalte einfach erstellen kannst. Wie du dein E-Book erstellst. Mit Gratis-Tools nochmal. Oder eben, auch sehr interessant, White-Label E-Books nutzen. Kannst du auch machen. Das heißt, du musst hier nicht mehr dein E-Book selbst erstellen, sondern kannst direkt vorgefertigte White-Label E-Books an deine Kunden verschenken oder verkaufen. Damit du eben dann die Daten bekommst vom Kunden. Normalerweise eine E-Mail-Adresse. Und wie du mit wenig Aufwand ein Video erstellst. Dann, wo du deine Videos hostest. In diesem Fall wird dir Vimeo erklärt. 3D-Grafiken erstellen. Oder erstellen lassen. Dann, im nächsten Modul wird dir von Stefker erklärt, wie du eine optimierte Webseite erstellst. Was ist die optimale Struktur für deine Webseite? Wie baust du deine Landingpage auf? Hier wird dir auch wieder anhand von erfolgreichen Online-Marketern, in diesem Fall wird dir das Body Change Programm gezeigt. Also, wie das genau funktioniert. Und wie du deine Landingpage ähnlich aufbaust, damit diese dann auch konvertiert. Wie du einen Namen für deine Domain findest. Und wie und wo du diese Domain dann registrierst. Hier schlägt sie dir auch gleich einen Hosting-Anbieter vor. Alternative außerhalb Deutschland. Wie du dann, nachdem du die Domain gekauft hast, WordPress auf deine Domain installierst. Viele Hoster bieten ja hier direkt eine Ein-Klick-Installation an. Landingpage-Tools. File-Silder zum Hochladen von Daten. Hier genau erklärt. Dann im nächsten Modul geht es um deine E-Mail-Liste. Viele Online-Marketer sagen ja, das Geld liegt in der Liste. So, ich habe hier natürlich nur einen Testzugang. Dadurch kann ich dir das nicht zeigen. Diese E-Mail-Liste und diese anderen Module. Du siehst aber hier bereits, im Modul 6 geht es eben um die E-Mail-Liste. Wie du dir diese aufbaust. Wie du dein System dann automatisierst. Wird im Modul 7 behandelt. Extrem wichtig. Im Online-Business kannst du ja so ziemlich alles eigentlich automatisieren. Modul 8. Sorge für mehr Besucher auf deiner Webseite. Oder grundsätzlich für Besucher. Da kann ich dir dazu sagen, wenn du den Kurs von Stefka über den Link unter dem Video kaufst, schenke ich dir den Traffic-Booster nochmal kostenlos dazu. Ich zeige dir das kurz. Und zwar ist der Traffic-Booster ein Online-Kurs von mir, mit dem ich dir Strategien an die Hand gebe, wie du Google und Facebook-Werbung effektiv schaltest. Das heißt, mit diesen Strategien habe ich es geschafft, das 4- bis 8-fache meiner Werbeinvestition wieder herauszuholen. Das heißt, ich zeige dir in dem Kurs meine Strategien, die ich bei Facebook und Google nutze. Der Kurs kostet normalerweise 197 Euro. Wenn du dir den Kurs von Stefka holst, über den Link unter dem Video bekommst du diesen aber von mir dazu geschenkt. Das nur nebenbei. Dann schauen wir im Modul 9. Wie du deine Zahlen im Griff hast. Bonus 1. Der WordPress-Komplett-Kurs. Extrem wichtig. Viele Kunden kaufen sich ja Online-Marketing-Kurse und sind dann oft bei den Basics bereits aufgeschmissen. In diesem Fall WordPress. Und hier erhältst du von Stefka nochmal kostenlos zum Online-Startup-System den WordPress-Komplett-Kurs dazu und den Optimize-Press-Komplett-Kurs. Zusätzlich bekommst du auch noch einen Facebook-Startup-Kurs, mit dem du auch nochmal die Strategien von Stefka für das Schalten von Facebook-Werbung erhältst. Du bekommst diese Facebook-Strategien und auch meine Strategien im Wert von 197 Euro gratis dazu. Schick mir einfach eine Mail, nachdem du den Kurs über den Link unter dem Video gekauft hast und ich schalte dir den Traffic-Booster direkt frei. Danke, ciao.